NRW setzt Mindesthonorar für Künstler als Fördervoraussetzung, die neue Klausel sieht vor, dass Kulturveranstalter in Nordrhein-Westfalen nur noch Fördergelder erhalten, wenn sie den Künstlern ein Mindesthonorar zahlen. Dies soll sicherstellen, dass Kulturschaffende angemessen entlohnt werden und nicht gezwungen sind, nebenbei einen anderen Job auszuüben, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Kulturministerin erhofft sich, dass diese Klausel dazu beiträgt, die Arbeitsbedingungen für freischaffende Künstler zu verbessern und ihre künstlerische Arbeit wertzuschätzen. Durch die finanzielle Unterstützung sollen Künstlerinnen und Künstler in die Lage versetzt werden, sich voll und ganz auf ihre kreative Tätigkeit zu konzentrieren und hochwertige Kunstwerke zu schaffen. Mit dieser Maßnahme will die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen einen Beitrag zur Stärkung der Kulturszene leisten und die Vielfalt und Qualität künstlerischer Produktionen in der Region fördern. Es bleibt abzuwarten, wie die Veranstalter auf die neue Klausel reagieren und ob sich dadurch tatsächlich eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Kulturschaffende erzielen lässt.